Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt drei Gründe, warum wir in Deutschland diese Krise bislang gut durchstehen. Zum Ersten lernen wir täglich dazu im Miteinander, in Bund und Ländern, in den Gemeinden, in Parlamenten und Regierungen. Eine Mehrheit der Bevölkerung, der Bürgerinnen und Bürger, trägt verantwortlich und vor allem eigenverantwortlich die Maßnahmen mit, weil sie eben das Bewusstsein haben, dass Freiheit nicht heißt, ich kann machen, was ich will, sondern dass Freiheit immer auch mit Verantwortung kommt, Verantwortung für mich selbst und für andere, weil unser Gesundheitswesen robust ist und weil unsere Staatsfinanzen es auch sind. Wichtig ist es, diese Grundsolidität nicht infrage zu stellen, sondern auf dieser Grundlage weiter die richtigen Schlüsse zu ziehen. Dazu gehört zum Ersten für mich, dass wir als Gesellschaft weiter durchhalten. Jeder von uns ist täglich, alltäglich in den verschiedensten Situationen, in der Situation eine Infektionsgefahr zu haben, wenn man unterwegs ist, im öffentlichen Raum, insbesondere auch dort, wo es eben im geschlossenen Raum auch gesellig miteinander wird oder Abstände nicht eingehalten werden. Gleichwohl ist es nach einem halben Jahr guten Verlaufs hier bei uns in Deutschland so, dass es für manche, für viele schwierig ist, die reale Gefahr zu sehen. Das ist ja das Paradox. Der gute Verlauf kommt daher, dass so viele mitmachen, dass so viele aufeinander aufpassen. Und gleichzeitig sagen dann einige, ja, guck mal, ist doch gar nichts passiert. Die Maßnahmen waren gar nicht notwendig. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es ist genau andersrum. Weil wir Maßnahmen ergriffen haben, ist bis hierhin so wenig passiert und sind wir so gut durchgekommen in der Krise in Deutschland. Und mit dieser Gefahr am häufigsten konfrontiert sind die Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen, die Menschen, die im Gesundheitswesen als Gesundheitswesen für uns anwesend sind, wenn wir sie brauchen, die jeden Tag rund um die Uhr helfen. Und eine Erhebung hat kürzlich ergeben, dass die Zufriedenheit der Deutschen mit dem Gesundheitswesen, mit ihrem, mit unserem Gesundheitswesen auf Rekordniveau ist. Ja, es gibt Probleme im Alltag. Und ja, auch in der Pandemie gibt es zu oft Probleme im Alltag, in der täglichen Versorgung. Aber gleichzeitig gibt es auch ein gutes Gespür bei vielen Bürgerinnen und Bürgern. Denn das Virus ist ja in allen Ländern gleich. Und dass es so unterschiedlich verläuft, hat eben auch was mit einem guten, einem starken Gesundheitswesen zu tun. Dieses Bewusstsein ist da. Und ich finde, das dürfen wir ab und zu auch mal ausdrücken. Wir sind dankbar, wir sind demütig, aber wir sind auch ein ganzes Stück stolz auf ein Gesundheitswesen, das so etwas in einer Pandemie leisten kann. Und jetzt geht es auch darum, dass wir diejenigen, die im Gesundheitswesen jeden Tag helfen, uns allen helfen und unterstützen, dass wir Ihnen helfen. Und wir machen es denen möglichst einfach, indem wir schlicht und ergreifend weiterhin, gerade jetzt auch mit Blick auf Herbst und Winter, aufeinander aufpassen. Die Aha-Formel ist vielleicht banal, aber sie ist wirksam, sehr wirksam. Es ist die beste, die schärfste Waffe, die wir haben gegen dieses Virus. Abstand halten, Hygieneregeln achten, Alltagsmasken im geschlossenen Raum, insbesondere dort, wo der Abstand nicht immer gewährleistet ist. Und wissen Sie, wenn ich dann höre, ich bin ein freier Mensch, ich trage keine Maske, dann sage ich immer, ich trage die Maske aus freier Entscheidung, weil Freiheit für mich immer auch heißt, die Freiheit und Gesundheit des anderen zu achten. Das ist der Grund, warum man die Maske trägt, um andere zu schützen und nicht, weil man zuerst an sich denkt. Es geht zweitens darum, anzupacken, wo im Gesundheitswesen Aufholbedarf sichtbar ist, sichtbar geworden ist. Das sehen wir vor allem einmal mehr bei der Digitalisierung und dem Datenaustausch. Die Faxmeldung vom Labor ans Gesundheitsamt ist nicht nur Legende, sondern auch Realität gewesen. Viel zu lang, bis in diese Pandemie hinein. Und wir haben es geschafft, in drei Monaten mehr an Digitalisierung, an Datenaustausch möglich zu machen, im Gesundheitswesen und auch zwischen den Laboren und den Gesundheitsämtern, als vorher in zehn Jahren möglich war, wegen verschiedener Blockaden. Das zeigt, richtig gemacht ist eine solche Krise zumindest auch eine Chance, gewisse Blockaden und Türen, die da waren, zu überwinden. Und darum geht es eben auch bei dem, was wir gesundheitspolitisch weiter vorhaben. Wir wollen, dass zum 01.01.2021, das ist in drei Monaten, das ist nicht mehr so weit hin, die elektronische Patientenakte endlich startet. Nach 15 Jahren Debatte geht es am 01.01. endlich los. Sie wird auch Grund zur Freude, das stimmt. Das ist nämlich ein Projekt. Es geht ja nicht bei der Digitalisierung um einen Selbstzweck. Es geht ja darum, für die Bürgerinnen und Bürger, die Patientinnen und Patienten, aber auch für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, den Alltag leichter zu machen, weil Informationen verfügbar sind, weil sicheres Kommunizieren leichter verfügbar ist, weil es Unterstützung gibt. Und diese elektronische Patientenakte, sie wird nicht vom ersten Tag an alles können. Sie wird vom ersten Tag an nicht perfekt sein. Bei Datenschutz und Datensicherheit, da wird sie bestmöglich sein. Aber in den Anwendungen, in den konkreten, wird sie sich natürlich Zug um Zug immer weiter verbessern. Aber wir müssen irgendwann mal anfangen, endlich damit mit ersten Anwendungen, das E-Rezept, das elektronische Rezept für Arzneimölkonter im Laufe des Jahres 2021 dazu. Wissen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, dabei geht es nicht nur um Digitalisierung im Gesundheitswesen und eine elektronische Patientenakte. Es geht darum, das mitzugestalten und auch mitzuprägen, dass wir einen eigenen Weg gehen zwischen dem Überwachungsstaat chinesischer Prägung und dem Überwachungskapitalismus, den wir in den USA sehen, wo am Ende die Konzerne die Daten sammeln. Es geht hier auch um ein ganzes Stück europäischer Souveränität im Gesundheitswesen, dass wir so etwas hier bei uns entwickeln. Und deswegen ist dieses Projekt so wichtig, auch für die 20er Jahre und für unsere Zukunft. Es geht darum, dass wir bei den Fachkräften unseren Kurs fortsetzen, den wir schon in den letzten zweieinhalb Jahren begonnen haben, nämlich nach und nach alle Gesundheitsberufe in ihren Inhalten, in ihrer Ausprägung und Ausgestaltung zu überarbeiten. Wir haben Gesundheitsberufe, die sind zum letzten Mal 1974 oder 1980 inhaltlich überarbeitet worden. Seitdem ist nach Gesetzeslage, jedenfalls in der Lehre, nichts weiterentwickelt worden, in der Praxis, im Alltag natürlich schon. Gleichwohl wollen wir diese Berufe, wie wir es bei den PTAs für die Apotheken getan haben, wie wir es gerade tun bei den MTAs, den medizinisch-technischen Assistenten, die übrigens in dieser Pandemie, in den Laboren, jeden Tag einen Riesenjob machen, ohne das ist auch so ein Bereich, der gar nicht immer im Blick ist, ohne die vielen Beschäftigten in den Laboren, die jedes Wochenende und jeden Tag Überstunden machen, damit die Ergebnisse schnell da sind, wären wir auch bis hierhin nicht so gut durchgekommen. Und deswegen finde ich es ein wichtiges Zeichen, dass wir genau diesen MTA-Beruf jetzt überarbeiten, das Schulgeld endlich abschaffen und die Ausbildungsvergütung einführen für diesen Beruf. Und das setzen wir fort, in anderen Bereichen nach dem Programm auch in der Pflege zusätzliche Stellen zu schaffen, in der Krankenpflege wie in der Altenpflege sowohl Pflegefachkraftstellen, etwa 13.000. Und ja, ich weiß, sie sind noch nicht alle besetzt, aber der qualitative Unterschied, das Geld ist dafür da. Vorher war kein Geld da, jetzt ist Geld da. Und die Stellen können nach und nach besetzt werden, wie die 20.000 Stellen für Pflegeassistenzkräfte in den Pflegeeinrichtungen, in der Weiterentwicklung des Pflegeberufes, in den Inhalten, in der Approbationsordnung für die Ärztinnen und Ärzte. In all diesen Bereichen werden wir in den nächsten Monaten weiterentwickeln, die Gesundheitsberufe, weil wir eben sehen in dieser Pandemie gut ausgebildete Berufe, gut ausgebildete Menschen, Fachkräfte im Gesundheitswesen, ist genau das, was uns in dieser Krise stark macht. Und dann geht es um die solide Finanzierung. Und da braucht es eine gut austarierte Balance, die Verantwortung des Einzelnen und der Familie in Balance zu bringen, mit der Verantwortung der Gesellschaft und uns als Solidargemeinschaft. Wir werden deshalb in Kürze die Eckpunkte für eine Pflegereform vorstellen, die genau diese Fragen adressiert, wie wir 25 Jahre nach Einführung der Pflegeversicherung eine neue, eine richtige Balance für die 20er Jahre, auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre finden, zwischen der Verantwortung, auch der finanziellen Verantwortung des Einzelnen und der Familien und der Gesellschaft in der Solidargemeinschaft und damit die Pflege auch mit den Erfahrungen aus den letzten Monaten fit machen für die 20er Jahre. Aber es geht eben auch insgesamt um die Investitionen in die Zukunft im Gesundheitswesen, in unsere Zukunft, in die Zukunft der 20er Jahre. Mir ist dabei eins wichtig, dass wir die Ausgaben im Bereich von Gesundheit nicht immer nur als Kosten diskutieren. Ja, es ist natürlich bei den Lohnnebenkosten ein Faktor, ein wichtiger Faktor. Und wir wollen, das ist unsere Garantie, Sie im nächsten Jahr unter 40 Prozent halten, gerade auch in dieser Wirtschaftskrise. Aber wir haben doch gerade in dieser Krise erlebt, dass eine starke Wirtschaft, eine Wirtschaft, die auch schneller wieder beginnen kann, Zug um Zug in einen Alltagsbetrieb zurückzukehren, eine starke Wirtschaft kann nur gut gelingen, wenn es auch ein starkes Gesundheitswesen gibt. Das bedingt einander. Und deswegen ist es eben wichtig, sich nur als Kosten zu sehen, sondern als Investition in die Zukunft und als eine Versicherung, als etwas, was uns alle schützt, in der persönlichen Krise von Krankheit und Pflege, auffängt und schützt Gesundheitswesen und Pflege, aber eben auch in der gesellschaftlichen Gesundheitskrise einer Pandemie. Zugleich geht es darum, solide Staatsfinanzen zu haben. Auch das ist Voraussetzung. Das haben wir erlebt, um Schocks wie eine solche Pandemie auszuhalten und da die Balance zu finden zwischen den richtigen Investitionen in die Zukunft und dem, was auch an Ausgaben notwendig ist für ein starkes Gesundheitswesen und dem, was gleichzeitig an Maßhalten und Wirtschaftsimpulsen wichtig ist, um solide Staatsfinanzen zu haben. Darum geht es bei diesen Haushaltsberatungen. Wir wollen im Einzelplan 15 im Bundesministerium für Gesundheit unseren Beitrag dazu leisten. Vielen Dank, Herr Minister. Der nächste Redner ist für die Fraktion der AfD der Kollege Detlef Spannenberg. Entspan screens. Wir wollen den